Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssey-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenstart nach diesem abermals überaus interessanten, spannenden und ereignisreichen Wochenende. Ja, Sie alle haben es mitgekriegt, auf Donald Trump wurde erneut ein Anschlag, ein Attentat verübt, beziehungsweise sollte verübt werden. Dieses Attentat wurde dann frühzeitig vereitelt. Dazu kommen wir dann gleich, fangen wir an mit etwas Demokratie. Demokratie, ja. Sie alle wissen ja, nächste Woche, am Sonntag in knapp einer Woche, sind die Bürger des Landes Brandenburg dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Ja, und das wäre dann auch die letzte große Veranstaltung in diesem Superwahljahr 2024, ja, und so hieß es letzte Woche noch Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und SPD. Ja, es sieht diese Woche allerdings schon wieder ein klein bisschen anders aus, also werfen wir einen Blick auf die aktuellen Umfrageergebnisse, und zwar der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF. So, nach diesen Umfragen käme die SPD auf 26 Prozent, die AfD dagegen auf 29 Prozent, also das ist schon mal ein, ja, doch recht deutlicher Abstand. Die CDU käme auf 15 Prozent, die Grünen bangen um den Wiedereinzug bei 5 Prozent, die Linke wäre mit 3 Prozent raus, die Freien Wähler wären mit 3 Prozent raus, ja, das BSW neu käme mit 14 Prozent rein und die Sonstigen kämen auf 5 Prozent. Ja, und die spannende Frage ist jetzt natürlich, bleibt die Regierung aus SPD, CDU und Grünen im Amt oder wird man sich jetzt hier wieder auf eine Koalition mit dem BSW vorbereiten müssen? Ja, so im Prinzip hängt ja alles davon ab, ob die Grünen, die jetzt bei 5 Prozent nach dieser Umfrage liegen, tatsächlich auch den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Ja, schaffen sie es nicht, kämen CDU und SPD auf 41 Prozent, während AfD und BSW zusammen auf 43 Prozent kämen. Also ohne AfD oder BSW wäre dann keine Regierungsmehrheit mehr möglich. Ja, und hier stellt sich jetzt natürlich diese spannende Frage, wie verhalten sich jetzt die strategischen Wähler? Ja, es gibt ja Leute, die strategisch wählen. So, werden diese strategischen Wähler jetzt nach dieser Umfrage bemüht sein, die SPD noch vor die AfD zu wählen? Oder werden die alles daran setzen, dass die Grünen doch noch in den Landtag einziehen? Ja, also schaffen die Grünen diesen Einzug nicht, wäre dann auch ziemlich sicher, dass die AfD die Sperrminorität erlangen würde. Und ja, wie dem auch sei, also so ganz allmählich scheint sich auch in Brandenburg, eigentlich im ganzen Osten, so die Panik breit zu machen, wenigstens dezent und das Ganze, das, ja, wie soll man sagen, das treibt dann eben entsprechend merkwürdige Blüten. Ja, um das jetzt mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren, hier berichtet nämlich Zeit Online. Landtagswahl. CDU-Politiker Michael Kretschmer hofft auf SPD-Wahlsieg in Brandenburg. Sachsens Ministerpräsident unterstützt seinen brandenburgischen Kollegen Dietmar Woidke, trotz verschiedener Parteibücher. Ziel müsse es sein, die AfD zu verhindern. Vor der Landtagswahl in Brandenburg hat dessen Ministerpräsident Dietmar Woidke unerwartete Unterstützung aus der CDU bekommen. Es ist ganz wichtig, dass die SPD in Brandenburg vor der AfD liegt, sagte der sächsische Ministerpräsident und CDU-Politiker Michael Kretschmer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am besten natürlich in einer Koalition mit Jan Rätmann und der CDU, fügte Kretschmer hinzu. Damit gab Kretschmer de facto eine Wahlempfehlung für die SPD aus, die laut dem ZDF-Politbarometer extra derzeit rund drei Prozentpunkte hinter der AfD liegt. So, ich möchte kurz ergänzen, damit gab Kretschmer de facto ebenfalls zu, dass es offenbar keinen allzu großen Unterschied macht, wen man denn jetzt wählt. Ob jetzt CDU oder SPD, vollkommen egal. Ja, und hier stellt sich natürlich wiederum eine Frage, also wie nehmen das wohl die eigenen Parteimitglieder auf in Brandenburg? Also statt die CDU in Brandenburg, die da ja nur bei 15 Prozent verharrt, irgendwie noch zu unterstützen, ja, fällt der ihnen einfach mal so in den Rücken und unterstützt die Konkurrenz von der SPD. Also falls man hier überhaupt noch von Konkurrenz sprechen kann. So, und ob das jetzt die Moral in der eigenen Truppe merklich steigern wird, sei mal dahingestellt. Und ja, man kann sich allerdings auch vorstellen, dass jetzt wohl der ein oder andere CDU-Wähler, ob dieser Aussage nun vielleicht ein Stück weit irritiert zurückbleibt. Ja, also ich wäre es zumindest, wenn ich CDU-Wähler wäre, ja. Ja, ja, apropos Moral, meine Damen und Herren. Auch diese folgenden beiden Meldungen dürften jetzt nur wenig dazu beitragen, dass diese Stimmung hier im Lande sich jetzt auf absehbare Zeit merklich erhellen wird. So, zuerst berichtete nämlich das Manager-Magazin. Ranking nach Kaufkraft. Deutschland fliegt aus den Top 20 der reichsten Länder der Welt. Deutschland ist nach wie vor eine der mächtigsten Volkswirtschaften. Doch blickt man auf das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt, rangiert die Bundesrepublik nicht mehr unter den 20 reichsten Staaten der Welt. Multikrisen halten die Welt in Atem. Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, der China-Taiwan-Konflikt und Angriffe im Suezkanal sorgen für Unsicherheit. Dazu lähmen Inflation und hohe Zinsen zum Teil weiterhin die Weltwirtschaft. Doch all diesen Krisen zum Trotz können einzelne Länder den Wohlstand ihrer Bevölkerung steigern, wie neue Daten aus dem World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds IWF zeigen. Zwar bleibt Luxemburg unangefochten an Position 1 der wohlhabendsten Länder, doch die Aufholjagd anderer hat längst begonnen. Deutschland allerdings schafft es nicht mehr unter die Top 20, gemessen am kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt BIP, pro Kopf. Die Bundesrepublik sackt von Platz 19 auf Rang 21 ab. Ja, und das, obwohl Deutschland, wie ja schon gesagt, nach wie vor eine der größten Volkswirtschaften der Welt ist, nämlich auf Platz 3 nach China und den USA und noch vor Japan. Ja, und womit dieser Wohlstandsverlust jetzt irgendwie augenscheinlich zu tun haben könnte, darüber gibt es jetzt folgenden Beitrag, und zwar bei der Bild-Zeitung. Die titelt nämlich Ex-Porsche-Chef, äh, Ex-Porsche, Entschuldigung, Ex-Porsche-Boss rechnet mit Politik ab. Wir werden gesteuert von Laien, die nichts gelernt haben. Er hat in den 90er Jahren aus der Pleitemarke Porsche wieder einen kerngesunden Luxus-Autobauer gemacht. Der Lohn 2008 war Wendelin Wiedeking, 72 Jahre alt, mit 100 Millionen Euro, der bestbezahlte Manager der Welt. Ja, wir erfahren also, hier spricht ein Mann, der von seinem Handwerk offenkundig Ahnung hat, der sein Handwerk versteht und dessen Meinung man entsprechend ernst nehmen darf. Ja, fahren wir fort. Ich zitiere jetzt auszugsweise. Mit BAMS sprach er über seine Angst über die deutsche Autobranche. Die Politik hat Vorgaben gemacht, die unzulässig waren. Man kann sich zwar alles wünschen, aber es muss auch umsetzbar sein. Ich glaube, dass man der gesamten europäischen Autoindustrie zu viel aufgebürdet hat. Ja, gemeint sind hier die Vorgaben der EU, die bezüglich der CO2-Emissionen der Fahrzeugflotten, die, wenn sie nicht eingehalten werden, zu horrenden Strafen führen sollen. Ja, weiter sprach er noch über feige Manager, die durch nicht stattfindende Öffentlichkeitsarbeit signalisieren, dass man mit allem zufrieden ist, was die Politik vorgibt. Das ist ein großer Fehler. Ja, das Thema hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder. Warum sagt eigentlich niemand was von diesen ganzen Industriellen? Ja, und wir haben hier und da schon mal festgestellt, dass das Problem wahrscheinlich an den Verbänden liegen könnte, also an den Arbeitgeberverbänden, an den Industrieverbänden, an den Bauverbänden, an allen möglichen Verbänden, deren Nähe zur Politik vielleicht ein Stück weit zu nah ist und die sich, ja, aufgrund der Tatsache, beziehungsweise die sich versprechen, dass wenn sie diesen Regierungskurs mitfahren, dann hier vielleicht doch noch irgendwie bevorteilt werden. Ja, er sprach über Politiker. Zitat, Ja, exemplarisch verwies er hier auf Ricarda Lang und Kevin Kühnert, die beide weder über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium oder über Berufserfahrung verfügen. Ja, und im Speziellen äußerte er sich auch noch über Robert Habeck, ich zitiere, Ich glaube, wichtig ist, dass die Politiker, die Verantwortung übernehmen, auch Kompetenz haben, dass sie wissen, wovon sie reden. Und das fehlt mir heute. Ich glaube, das Zurückwünschen ist akademisch. Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen auf starke Persönlichkeiten setzen, die jetzt Sach- und Fachkompetenz haben. Dem Habeck spreche ich diese Sachkompetenz im Sinne von Wirtschaft völlig ab. Ja, meine Damen und Herren, wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht ja noch lange keinen Sommer, aber nach Theodor Weimar, das ist ja der Chef der deutschen Börse gewesen, ist das jetzt nun schon das zweite, ich sag's mal so, Ultraschwergewicht aus der Wirtschaft, das sich hier äußert und auch entsprechend klare Worte findet. Und interessant ist jetzt natürlich auch, dass diese klaren Worte, die dieser Mann findet, über ein Massenmedium wie die Bild, beziehungsweise die Bild am Sonntag an die Bevölkerung, gerichtet wird, sodass von diesen Worten auch wirklich jeder Notiz nehmen soll, kann und darf. Ja, und das Verheerende an diesen Worten, die dieser Herr ja von sich gibt, ist, dass diese Worte eine völlig andere Realität wiedergeben, als die, die unsere Regierung uns alle glauben lassen möchte. Und ja, wie schon gesagt, es ist nicht Putin schuld, es ist nicht Corona schuld, es ist überhaupt nicht die ganze Weltwirtschaft schuld und diese ganzen Krisenherde, die hier überall herrschen. Nein, es sind unsere Politiker und auch diejenigen, die ihnen widerstandslos folgen, die verantwortlich sind für diesen, ja, mittlerweile komplett unübersehbaren Niedergang dieses Landes, ja. Ja, was kann man dazu sagen? Wollen wir einfach mal hoffen, dass das jetzt nicht die einzigen Äußerungen gewesen sein werden und dass auf diese Äußerungen noch viele, viele andere Äußerungen folgen werden, damit es auch der Letzte hierzulande begreifen möge. So, meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Thema des Tages, ja, auch wenn die Tagesschau gestern wohl wieder mal so ein bisschen leicht verspätet das Ganze behandelt hat. Sie haben es ja mitgekriegt, das Attentat auf Donald Trump. Augenblick. Diese Tasse gibt es übrigens im NCAP-Store zu erwerben. Ich zitiere, Schüsse nach Golfclub in Florida. Festnahme nach mutmaßlichem Attentatsversuch auf Trump. Auf Ex-US-Präsident Trump sollte offenbar erneut ein Attentat verübt werden. Der Secret Service vereitelte den mutmaßlichen Anschlagsversuch nahe Trumps Golfclub. Der Republikaner blieb unvernetzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Zwei Monate nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben Sicherheitskräfte offenbar einen weiteren versuchten Anschlag auf den Republikaner vereitelt. Personenschützer des Präsidentschaftskandidaten eröffneten nach Angaben des Secret Service das Feuer in Richtung eines bewaffneten Mannes, der sich am Rand von Trumps Golfclub in Florida im Gebüsch versteckt hielt, während der Ex-Präsident dort spielte. Trump wurde nicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr Ortszeit nach Angaben des Sheriffs von West Palm Beach, Rick Bradshaw, hatte der Secret Service Agent die Mündung einer Waffe aus einem Zaun am Golfclub Ragen gesehen, rund 350 bis 450 Meter von Trump entfernt. Der Agent habe sofort das Feuer eröffnet und vier bis sechs Mal geschossen. Eine verdächtige Person habe daraufhin die Waffe fallen gelassen und sei geflüchtet. So, meine Damen und Herren, soviel erstmal dazu. Und jetzt, meine Damen und Herren, eine klitzekleine Gegenüberstellung. Es geht nämlich um die nicht ganz unbesentliche Frage, um wen es sich bei diesem Attentäter überhaupt gehandelt hat. Und bei der Tagesschau heißt es, hören Sie jetzt genau und aufmerksam zu, die Behörden machten keine Angaben zu dem Mann. US-Medien berichteten allerdings, es handele sich um den 58-jährigen Ryan R., der sich in der Vergangenheit in Online-Diensten kritisch gegenüber Trump geäußert habe. R. sei ein selbstständiger Bauunternehmer auf Hawaii, der in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals festgenommen worden sei. Er habe sich im Internet regelmäßig zu Politik und aktuellen Ereignissen geäußert. Im März 2022 hat R. etwa im Online-Dienst X angekündigt, in die Ukraine reisen zu wollen. Er sei bereit, zu kämpfen und zu sterben. So, und jetzt ein paar Auszüge aus dem sehr, sehr lesenswerten Beitrag der Jungen Freiheit, der da titelt Neuer Attentatsversuch. Wer ist der Mann, der Trump beim Golfen erschießen wollte? So, ich zitiere die Auszüge. Das FBI bestätigte, Trump sei Ziel eines mutmaßlichen Attentatsversuchs geworden, gab schnell den Namen des Festgenommenen bekannt. Er heißt Ryan Wesley Ruth und habe sich als Anhänger der Demokraten ins Wählerverzeichnis eingetragen. Laut seinen Posts in den sozialen Medien handelt es sich bei Ruth um einen fanatischen Unterstützer der Ukraine, der durch Interviews mit Newsweek und der New York Times eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte. Den Zeitungen erklärte er, er versuche, afghanische Kämpfer für den Krieg gegen Russland zu rekrutieren. Diese suche er im Lager der Taliban-Gegner. Beim Krieg in der Ukraine gehe es um Gut gegen Böse. Dutzende hätten auf seine Anfragen interessiert, reagiert. Die Kämpfer wollte Ruth aus Pakistan oder dem Iran in die Ukraine bringen. Wir können wahrscheinlich ein paar Reisepässe über Pakistan organisieren. Das ist so ein korruptes Land, sagte er den Reportern. Ja, das ist doch schon mal ein etwas... Naja, das ist doch mal ein anderes Bild, das hier die junge Freiheit liefert, als die Tagesschau es bereit ist zu liefern. So, und jetzt stellen wir uns doch einfach mal vor, was hier los wäre, wenn es einen, ja, ich sag mal, Attentatsversuch auf Biden oder jetzt vielmehr Harris gegeben hätte und sich herausgestellt hätte, dass, ja, der Attentäter oder der mutmaßliche Attentäter ein Republikaner gewesen wäre. Ja, meine Damen und Herren, hier wäre vermutlich die mediale Hölle los und Trump höchstselbst säße schon längst auf der, wenn man so will, medialen Anklagebank. Ja, ja, Sie wissen das, ich weiß es und, ja, eigentlich wäre niemand überrascht, aber so ist es, wie es... Überrascht, habe ich jetzt gerade überrascht gesagt, überrascht, Entschuldigung. Ja, so ist es, wie es ist. Die Meldung versickert bereits wieder im Äther. Ja, jetzt wären wir ja schon fast am Ende dieser Sendung, aber ich habe gerade noch einen Post gefunden. Print-Ausgabe wird eingestellt. Es geht um die Taz. Ja, Michael Werner, die Stahlweter-Feder äußerte dazu Folgendes. Das ist Pressesterben von seiner schönsten Seite. Ja, meine Damen und Herren, dem kann man nur zustimmen, beipflichten. Ich an dieser Stelle danke Ihnen erst einmal wieder einmal ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie hier eingeschaltet haben. Und falls Sie es noch nicht getan haben, meine Damen und Herren, dann abonnieren Sie diesen Kanal und, ja, falls Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie einen Daumen da. Und falls Ihnen das Video nicht gefallen hat, dann lassen Sie einen Daumen nach unten da. Ganz egal, die Reaktionen, ja, helfen dem Algorithmus. Also Sie können hier auch gerne kommentieren. Auch das hilft. Ja, und falls Sie uns noch anderweitig unterstützen wollen, können oder müssen, erwerben Sie doch dieses Magazin hier. Eigentümlich frei. Das wird von uns herausgebracht. Eigentümlich frei. Ein libertäres Magazin mit vielen, vielen libertären Artikeln. Ja, wie gesagt, das können Sie auf unserer Seite ef-magazin entweder als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement oder direkt als Jahresabonnement beziehen. Ja, uns würde das freuen und uns würde das auch helfen. Ja, und falls Sie mich dabei unterstützen möchten, der größte Schlagerstar in diesem Universum zu werden, ja, dann, meine Damen und Herren, klicken Sie auf dieses Video hier. Steuern sind Raub. Und klicken Sie auf dieses Video hier. Ich lieb CO2. Und teilen Sie diese Videos. Um Gottes Willen. Mit aller Welt. Ja, und ich denke, wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag wieder beim Dachtekenduett oder am Freitag beim Wochenausklang. Ihnen bis dahin eine schöne Woche und alles Gute. Und Tschüss. Und Tschüss.